Ich werde immer wieder gefragt, wo sind denn die Cliparts in dem neuen Office 2016 hingekommen? Wenn wir hier unter Einfügen nachschauen, die sind hier verschwunden. Neu hingegen sind hier die Online-Grafiken. Wenn ich hier drauf klicke, allerdings komme ich hier zu einer Bing-Bildersuche und hier hätte ich jetzt die Möglichkeit zu schreiben. Also erstmal Clipart und dann, je nachdem was ich da eben suche, hier kommen einige Treffer. Man kann hier die Größe entsprechend auswählen, kleinere Cliparts. Man kann die auch vom Typ her filtern, entweder Foto oder Grafik. Von der Farbe her, mal schauen was da kommt, wenn es rot ist. Na gut, da ist ein roter Baum. Das sind dann mehr so Herbstbäume als blaue Bäume auch, tatsächlich. Ich setze das mal wieder auf alle. So, dann hier kann man filtern nach Lizenzen. Also wenn ich hier auf alle klicke, dann habe ich hier sämtliche Bilder. Wenn ich hier sage, Creative Commons, dann kommen also praktisch die Bilder, die unter der Creative Commons laufen. Das heißt, mindestens, wenn man dieses Bild dann benutzt und veröffentlicht, müsste dann der Verfasser entsprechend genannt werden. Also wenn ich jetzt hier ein Clipart auswähle mit einem Häkchen und sage Einfügen, dann wird es hier an der Stelle, wo der Cursor stand, eingefügt. Wenn ich das Bild dann entsprechend noch in diesen Text irgendwo mit einbauen möchte, dann muss ich schauen, dass der Textfluss entsprechend eingestellt wird. Also hier zum Beispiel quadratisch oder eng. Und dann kann ich hier diese Grafik hier im Text noch entsprechend verschieben. Okay.